Nichtsdestotrotz werden Polarisierungen und Gerechtigkeitsdebatten vermutlich auch künftig eine Rolle in der Musikpädagogik spielen. Unter anderem, weil wir ihnen in der Praxis ohnehin kaum entkommen können. Dies ist allein schon deshalb der Fall, weil Beiträge innerhalb dieses Diskurses in der Regel auch als Äußerungen von Frauen oder Männern wahrgenommen und bewertet werden. Darüber hinaus darf gerade im pädagogischen Kontext die Vorstellung von Geschlecht nicht vollständig vom Alltagsverständnis abgekoppelt sein, sofern man den Anspruch von Praxisnähe verfolgt. Die Forschung kann jedoch dazu beitragen, dass Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit stärker reflektiert und als soziale Zuschreibungen erkannt werden.